Jo, neuer Guild War gegen Kindreds, Guys. Schauen wir mal durch, den haben wir gerade angeschaut. Die zweite Defense wird ziemlich easy. Schauen wir mal mit Lucian. Weiß ich nicht, ob ich mache. Ich glaube, ich mache ihn hier nicht. Ich mirrore ihn einfach. Und was machen wir da oben? Soll ich ihn auch mirroren? Ich habe keinen Like. Ciao. Moment Ciao. Super. Super crappy ist. Also wir werden wahrscheinlich verlieren. Oder ich. Nein, ein bisschen schneller. Tja, wir haben meine Karte jetzt. Nein, wir werden hier attacken. Strip! Mein Ciao ist so langsam. Ja komm, chill mal. Shit, ich hätte hin sollen. Wenn wir einen Regen attacken kommen. Toll, hier sind meine Wireprocs. Wie kill ich überhaupt nachher E-Lat will, falls ich überhaupt so weit komme. Komm, das wird doch nichts. Nein, Glancing. Quit. So, E-Lat will rest jetzt. Ich mache gar nichts. E-Lat. 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 So, ich mache das. So, ich mache das. Und dann komme ich über das. Ciao. Na, das ist so langsam. Überhaupt habe ich gar keinen Speed irgendwie. Nicht mal irgendwie... Ich hätte nicht Chao nehmen sollen. Er hat keine Skill-Ups, keine guten Runen. Ich weiß gar nicht, ob er volle Runen hat oder so. Ehrlich, keine Ahnung. Ich habe mir das Gefühl, dass er nicht volle Runen hat, weil er keinen einzigen Vioproc hat. So, Ehrlich, wieder Rest-Ready, keine Frage. Habe ich Justice auch. Und die Little Stripped mich mal wieder. Oh, Vioproc. Noch einer. So, Heal mal Laika. Ah, fuck, Heal-Block weg. Vioproc. Heal-Block. Komm, unsere Chance. Justice. Crit. Zu wenig. Okay, komm. Jawohl. Ciao. Crit. Go-Go. Jawohl. Kill ihn. Hätte ich mir gar nicht gedacht. Leica suckt einfach. Und Ciao natürlich auch. Aber immerhin. Eigentlich gar nicht mal knapp oder so. Und vielleicht irgendwie auch ein bisschen Glück. Dass irgendwie ein Defense Break, glaube ich, auf E-Dail oben war. So, nice. San-Block ist schneller. Das heißt, wir können seinen dann gleich snipen. Autsch. So. First-Life Pinner. Stun. Sehr gut, kill dich selbst Pinner. Jawohl. Defense Break. Stun. Nice. Stun. Auch nicht. Snipe. Easy. So warte ich zeige dir mal kurz meinen HP, Crit Damage, HP. Wo die Runden gar nicht so schlecht sind. Also die sind mal richtig geil eigentlich. Aber absolut kein Speed. Zwingen wir so eine Cammy Rune vielleicht mal. Na gut. Genug. Ciao. Was ist mit ihm? Naja. Will keiner machen. Ok. Dann oben Cyrus. Eigentlich hätte ich unten auch an Theo oder Tiana und so gedacht. Aber ok dann eben nicht. Shit. Ähm. Hm. Ich kann mal was anderes probieren. Also ich kann ja gar kein Galleon mehr nehmen. Scheiße. Na dann. Ich vermute aber irgendwie, dass sein Raccoon schneller sein wird. als meine Chloe. Verkackt. Ob ich einfach weiß, dass sie auch nicht genug Damage macht. So. Aber irgendwas sollte umfallen. Passt. 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 Hey. Peinlich. Na gut. Und wenn ihr dann auch noch. came und buffst. Und nicht Theo. Komm. Defens Break. Easy. happens. So. So. Puss eins. Eivir, den Molong Lusor. Ich glaube da mach ich lieber den da, okay, machen wir lieber den da, neftis iris ethna Schauen wir mal, Gemini, Nyx und Rika Was machen wir mit dir? So was, so was, und was noch? Keine Ahnung Was soll passieren hier? Oh, keinst an Ach komm, ehrlich Verkackt, scheiße Ok, Speedlead OP Sehr gut Gemini Ich weiß gar nicht, ob Miguel denn überhaupt irgendwas bringt War ja eigentlich auch Der Fner Stunny ist ja glaube ich gar nicht 100% ne Außer wenn du irgendwie unter 30% bist Ich hab ne Fner, aber Sogar Max Skills und so Ok Also 2 in Lakitis bis dann glaube ich oder? Egal Danke fürs Zuschauen Schönen Tag Schönen Tag Der Fner Stunny Schönen Tag